Wenn ich bedenke, wir müssen wieder ins Haus, weil wir ja den einen Flügel noch gar nicht abgesucht haben. Oh, das ist doch ein Safe-Room, oder? Jaha! Hm. Liegt hier eine Leiche, oder was? Ich... Ich muss jemandem sagen, um das alles rausz, um das irgendwo runterzunehmen. Mein Vater weiß nicht, dass ich diese Reaktion mache, aber ich muss in ihm confieren. Well, in dich, Mutter. Er hat mich gebeten, mich gebeten, mich mehr und mehr in meine Übungen zu singen, wie du schon gemacht hast. Aber es ist etwas anderes. Es ist ein Mania zu seinen Aktionszügelen. Er sieht, dass er mit seinem Schemen zu retten, um das Hotel zu retten, aber es ist mehr als das, auch. Er hat mich gebeten, dass er nicht so agitiert hat, und sie reagieren mehr als vorher. Ich weiß, dass unsere Finanzen sind dwindling, und sein Herz ist auf der Rest des Glorie-Days des Scare-Hotels, aber... Er setzt so viel auf meine Schultern. Ich bin nicht sicher, ob ich das machen kann, Mutter. Ich bin nicht sicher, ob ich dich sein kann. Mächtig unter Druck gesetzt. Gut, wir wissen aber jetzt, es ging nicht darum, dass sie eine bessere... Also, es ging natürlich darum, dass sie eine bessere Sängerin wird, aber nicht, damit sie Erfolg hat, sondern für die eigenen Machenschaften. So, schnell wieder raus. Äh, schnell wieder raus. Also, um das Wohl des Kindes ging es da nicht. Ups, wir gehen wieder zurück. Nein, das wollte ich nicht. So, hier kann uns aber nichts passieren, oder? Das sieht hier alles so friedlich aus. Nee. Ach, come on. Jetzt haben wir die aber ständig vor uns, ne? Ach, da oben steht er. Und da kommt einer. Okay, wo müssen wir lang? Da müssen wir die Luft anhalten, das weiß ich. Da ist er. Okay, wir warten mal, bis er da hoch geht. Und dann laufen wir mal geradeaus. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Oh, oh. Der erwischt uns. Wir sterben. Ich hätte auch jetzt safe rausgehen können, aber. Kann ich denn so an ihm vorbei? Au. Au. Okay. Ich mach mal nochmal rein. Okay. Wo läuft der denn? Oh Mann. Okay, das heißt, wir müssen ihm tatsächlich folgen, ne? Oben rum. Aber wer hätte denn an können, dass er den ganzen Weg wieder zurückbleibt? Mit uns. Ich dachte, der läuft da seine Runden. Und dann kommt er auf uns zu. Scheiße. Na ja. So, auf ein neues. Also, ich hab den. Lieber vor mir als hinter mir. Hinter mir weiß ich nicht, was er tut. Und eine Runde läuft er ja. Ich bleib trotzdem mal hier auf Distanz. Er tut es schon wieder nicht. Ich hatte Standbild. Da ist er. Was denn, was denn, was denn, was denn? Ach. Oh nein, der ist zu nah, der ist zu nah. Lauf weiter. Da oben geht's nicht weiter. Nein. Oh Gott. Ach, das kann doch nicht. Laufen, 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 laufen. Da ist einer. Wieso klingelt hier ein Telefon? Spieluhr. Oh Gott. Oh Gott. Bitte nicht. Lauf. Darum. Er läuft zu mir. Chill. Chill. Danke. Okay. Nein. Ich bin doch jetzt da. Die Frau nervt mich ja jetzt schon, ne? So. Ne, von da sind wir gekommen. Ah, und dann geht's gleich wieder nach da oben. Oder nach hier. Aber was? Okay. Ah, ne, wir müssen nach oben für das zweite Horn. Und dann müssen wir hier, also für die zweite, äh, Dingens, Zylinder. Und dann geht's da oben weiter. Okay. Jaha, Elisabeth. Thomas. Thomas. Yes, I'm fine. But I feared the worst had happened. You were gone so long. I dreaded that you've been taken too. Ähm, mir läuft ständig ein Hund über den Weg. Oh mein Gott. Dear Lord, have mercy. What are they trying to do? That poor, wretched soul. You must be on your guard, Thomas. You can't let them catch you. Naja, ist ja vielleicht schon mal passiert, ne? Hm? It is so good to hear your voice again. Das war's. Okay. Ähm, Moment. Ich nehm mal so ein Tonikum, ne? Äh. So, jetzt lass ich mal kurz gucken. Da müssen wir später. Wir müssen erstmal hier hoch. Okay. Oh nee. Nein. Oh, der ist jetzt nicht in diese Falle gelatscht. Oh nein. Fuck, 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 fuck. Hundi, ich helfe dir. Ist der blind? Nee. Oh, wie süß. Tierliebhaber, okay. Wir hätten an dem vorbeilaufen können. Also ich habe gerade das Achievement bekommen, Tierliebhaber. Wer geht denn an dem Hund vorbei? Und rettet den nicht. Oh mein Gott. Moment. Moment. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wie lange denn noch? Oh, endlich! Still jetzt Okay, wir haben die zweite Ich glaube, Hundi wird uns nochmal retten Das war eine sehr entscheidende Szene Dann können wir nämlich in diesem kleinen Häuschen nochmal speichern Und dann Willst du mich verarschen? Verzieh dich! Ich weiß leider die Distanz nicht, ab wann die einen wittern Ja genau, gehen wir wieder zurück Nee, das macht keinen Sinn Okay, warte Wir sind gar nicht da Gar nicht da Ach, man konnte hier gar nicht speichern Hier war ja nur das Telefon Shit Okay Nein Ich will immer mit Linksklick öffnen Jetzt müssen wir noch unbeschadet da hinkommen Okay Okay, das ist hier sehr eindeutig Ja Shit Ah, ein Stock Ich dachte, das wäre ein toter Fisch oder so Das ist hier sehr eindeutig Was wir zuerst machen Also manchmal ruckelt das ganz komisch, das Spiel Wir speichern jetzt erstmal What? Oh, ja. Sie kann einem ja doch schon leid tun, ne?